Was ist das, was ich nicht verstehe? Es wird zwar das Ganze als Dialogzentrum verkauft, aber in Wahrheit ist es nichts anderes als ein Vorposten des wahhabitischen Islam in Europa. Denn die alte Regel gilt hier, wer zahlt, schafft an. Und nachdem die Saudis die sind, die hier zahlen, werden sie auch anschaffen. Und daher ist das Ganze eine Kamouflage oder eine Maskerade. Gehen wird es darum, dass der Islam einen Vorposten in Wien hat und damit im Zentrum Europas hat, um seine Interessen zu vertreten. Und genau das wird stattfinden. Und der Westen wird wieder einmal dumm aus der Wäsche schauen, wenn der Islam ein weiteres Mal es geschafft hat, sich Positionen in Europa zu sichern. In London wurde der Bau einer Riesenmoschee abgesagt. Inwiefern zeigt dieser Fall, dass man die Islamisierung in Europa kritischer sieht? Ja, das mussten die Behörden, weil der Widerstand der Bevölkerung zu groß wurde. Und meine Hoffnung ist ja auch, dass der Widerstand in der Bevölkerung schön langsam größer wird. Die Leute haben die Nase gestrichen voll. Während man jeden Tag in den Fernsehnachrichten und in den Tageszeitungen sehen kann, wie Christen massakriert werden in Ländern, wo der Islam immer weiter Macht und Terror gewinnt, schaffen wir hier in den Operationsbasen und Einrichtungen und institutionalisieren das alles auch noch. Mit Immunitäten übrigens versehen. Das König-Abdullazentrum hat ja sogar noch diplomatische Immunitäten zugestanden bekommen. Das heißt, also dümmer geht es nimmer. Und daher hoffe ich, dass so wie in London der Widerstand in der Bevölkerung schön langsam zunimmt. Das zeigt ja nur, dass die Bevölkerung noch relativ normaler ist als die politischen Repräsentanten, die sich leider die gleiche Bevölkerung auch wählt. Neu eine Diskussion war ja auch, dass die Grünen kritisch reagiert haben auf das König-Abdullazentrum. Zeigen sich hier unter Umständen neue politische Allianzen? Naja, die sehen schön langsam, dass sie hier religiösen Fundamentalisten eine Basis schaffen. Das ist ja nicht ganz im Sinne des Programms der Grünen. Das sind einmal die ersten Linken, die es jetzt langsam, glaube ich, begreifen. Das linke Establishment, insbesondere bei den Roten, hat das ja noch nicht begriffen. Und daher, glaube ich, brauchen die einfach längere Sickerzeit. Das ist die eher wohlwollende Variante. Die andere Variante könnte sein, dass ja offensichtlich Geld halt immer noch einen gewissen Reiz hat und die Roten halt immer noch, genauso übrigens wie die Schwarzen mit ihrer Krämerseele, immer noch vor Geld in die Knie gehen. Und Geld haben die Säule, das ja weiß Gott genug, auf den Tisch gelegt.